Einen wunderschönen guten Abend, liebe Medienvertreter, liebe Kollegen, zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Spiel der leuchtenden Herzen gegen die Düsseldorfer EG. Bei mir sitzen auch heute Abend wieder die beiden Coaches, mit denen wir über dieses Spiel sprechen möchten. Deswegen begrüße ich zu meiner rechten Harry Kreis und zu meiner linken Pavel Groß und übergebe auch heute das Wort als erstes dem Gäste-Trainer. Harry, dein Kommentar. Ja, guten Abend zusammen. Meine Gratulation an Pavel und seine Mannschaft, die heute schon vom ersten Bulli weg uns enorm unter Druck gesetzt hat und über 60 Minuten ein sehr, sehr starkes Spiel abgeliefert haben. Die haben uns alles abverlangt. Ich fand, dass die Tore, die sie geschossen haben, da haben wir es in diesen Fällen ein bisschen zu leicht gemacht. Die hatten bessere Chancen, besser herausgearbeitete Chancen gehabt, ein Tor zu schießen. Da war Pankowski, Rhein-Schläger, Rhein-Köpper von uns im Weg und dann eben die Tore, die sie geschossen haben, da haben wir einfach in der Deckung nicht organisiert. Und da haben sie Kapital daraus geschlagen. Aber insgesamt haben die Mannheimer heute wirklich sehr, sehr stark Wechsel für Wechsel uns unter Druck gesetzt und wir konnten uns kaum entfalten. Wir haben auch ein paar Chancen uns erarbeitet. Powerplay weniger. Das, was uns in den letzten Spielen auch einen Schub gegeben hat, hat heute kein Tor getroffen. Dafür unser Unterzahlspiel umso stärker. Ich verlange sehr viel von den Spielern im Moment. einen kleinen Kader. Heute haben sie trotzdem alles gegeben. Aber der Sieg geht absolut in Ordnung an die bessere Mannschaft heute und das war Mannheim. An dieser Stelle möchte ich Pavel und seine Mannschaft und alle im Klub frohe Weihnachten wünschen. Frohe Weihnachten wünschen, ein schönes Fest. Bleiben Sie gesund und bis bald. Danke. Danke dir, Harry Pavel, dein Statement. Ja, guten Abend. Danke, Harry. Ich habe es auch ähnlich gesehen. Ich würde vielleicht jetzt nicht sagen, dass wir über 60 Minuten sehr gut gespielt haben. Ich glaube, die ersten 53 Minuten haben wir eigentlich sehr, sehr gut gespielt. Und das haben wir uns auch vorgenommen. Wir haben auch gewusst, dass Harrys Teams eigentlich sehr diszipliniert spielen. Auch richtig bereit sind für die Transition. Das haben sie auch vor zwei Wochen hier gezeigt. Und wir wollten aber auch die Scheibe sofort ins Drittel bringen. Und da wollten wir natürlich auch die Verteidiger unter Druck setzen. Und das ist uns auch oft sehr gut gelungen. Wir haben ein paar Chancen auch kreiert. Und trotzdem sage ich, es ist immer noch ein enger Spiel gewesen. Es war 2-0 nach dem zweiten Drittel. Und wir wissen, wie das ist im Eishockey. Du spielst Powerplay und auf einmal hauen sie ab. Haben sie die eine Scoring Chance. Und dann ist eigentlich Penalte-Shot. Und dann haben sie natürlich dementsprechend die zweite Scoring Chance. Und es hätte auch ganz anders ausgehen können. Es wäre vielleicht 2-1 nach dem zweiten Drittel gewesen. Und ein ganz enges Spiel. Aber das sind die Spiele. Es ist nichts passiert. Da hat uns Dennis einfach im Spiel gehalten. Das war gut. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir heute gelaufen sind, war eigentlich auch gut. Und das ist unser Anspruch. So wollen wir spielen. Aber wir würden auch nichts überbewerten. Nicht zu high oder zu low. Einfach auf dem Boden bleiben. Und Gott sei Dank haben wir schon heute keine Geschenke verteilt. Und Harry, vielen Dank. Ich wünsche dir und deiner Familie und deiner Mannschaft natürlich auch eine Freude Weihnachten. Gutes Essen. Was gibt es eigentlich heute oder morgen bei euch zu Hause? Ich weiß nicht, ob meine Frau seit drei Monaten nicht mehr gesehen hat. Ich weiß nicht, was es gibt. Aber trotzdem, das ist das Erste, was dich interessieren sollte normalerweise. Alles Gute ist, wenn sie das vorbereitet. Also eine Ente, ja? Okay, weiß ich. Beef Wellington, glaube ich, gibt es. Ja, ja. Okay, okay. Auch deine Mannschaft, einfach alles Gute und bleibt gesund. Vielen Dank, Pavel. Gibt es Fragen an die Coaches? Ja, Pavel, ein Statement zu Russland. Ist Kakow muss ich dir natürlich noch entlocken. Du warst ja auch ein professioneller Eishockey-Spieler. Wie kannst du dich in ihn reinversetzen, nach so einer langen Auszeit wieder zu spielen? Und ich weiß, dass das Adrenalin immer da ist beim ersten Spiel, beim Comeback. Aber was glaubst du, wie weit ist er jetzt tatsächlich auch schon? Also ich glaube, körperlich und nach der Verletzung ist er 100 Prozent auf jeden Fall. Und er muss natürlich jetzt ein bisschen ins Spiel reinkommen. Ja, wir wissen, dass er ein guter Läufer ist. Aber er muss die Beine bewegen in verschiedenen Phasen oder in der neutralen oder offensiven Zone. Und dann kann er natürlich auch viel mit der Scheibe auch machen. Das wissen wir auch. Er ist ein Spielmacher auf jeden Fall. Aber mich freut das eigentlich riesig, dass er beim ersten Spiel sofort das Tor geschossen hat. Und er hat eigentlich mit Jason, mit Luca Tosto gespielt. Und die haben zwei Tore geschossen heute, das zweite, das dritte. Also sehr, sehr wichtig. Und es war gut, dass wir diese ausgeglichenen Reihen da auch hatten. Aber ja, ich glaube, es ist ein guter Spiel. Es ist ein Riesentalent, das wissen wir auch. Und es ist nur schade, dass wir dann 30 Spieler nicht gesehen haben. Gibt es weitere Fragen? Nicht? Dann nutze ich noch kurz die Gelegenheit, um Danke zu sagen. Danke an alle Adler-Fans, die in der vergangenen Woche mit dem Erwerb der Tickets und der Herzen dafür gesorgt haben, dass 35.728 Euro für den guten Zweck für Adler helfen Menschen zusammengekommen sind. Und ein herzliches Dankeschön geht auch an alle Fanclubs der Fan-Initiative und der Adler-Fanclubs aktiv, die wirklich bei Wind und Wetter dafür gesorgt haben, dass die Herzen verkauft werden. Dann geht ein Dankeschön noch an die Familie Wolf. Denn im Café Wolfsbau gab es an zwei aufeinanderfolgenden Tagen frische Waffeln und auch die selbstgebackenen Weihnachts-Pucks wurden verkauft. Und für jeden verkauften Puck ging 50 Cent an Adler helfen Menschen. Und last but not least möchte ich auch noch unserem Marketing-Team danken. Allen voran Rainer Adolf, Paula Weinhardt, Max Friedrich, Andreas Etch und Christian Huck. Wer solche Aktionen oder so eine ganze Woche mal geplant hat und durchführen musste, der weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und es kommt oftmals viel zu kurz. Deswegen vielen Dank. Unseren Gästen eine gute und sichere Heimreise und euch allen natürlich frohe Weihnachten. Kommt gut durch die Feiertage. Wir sehen uns dann am 26. Dezember wieder hier zum Spitzenspiel gegen den EHC Red Bull München. Los geht's um 17 Uhr. Bis dahin. Wie gesagt, frohe Weihnachten und einen schönen Abend. Ciao, ciao. 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 Ciao.